euch geht eieiei dächer nein wende ja ich brauche eine wegwand schon wieder kein stahl alter schneesturm draußen wirklich das ist ja entspannt hätte ich das mal vorher gewusst kann ich das wieder verwerten ja da brauche ich doch dann lieber so eine runde hütte das muss doch aber ja ordentlich stahl geben ein kickball doch ein haufen scheiße aufgehoben hat das jetzt schon alles aus meinem inventar rausgeschmissen inventar siehst du aus guck mal an du immerhin gibt es hier genug zeug zum bauen jetzt zum verwerten habe ich jetzt schon genug wo ist denn die ecke da ist die ecke ja so solltest du nicht snappen hallo was ist denn das für eine scheiße kann ich jetzt hier nicht jetzt kann ich hier nicht zu machen weil es so dicht dran steht oder wie das ist eigentlich cool cool markierung versuche jetzt kann ich hier keine ecken bauen oder was stahl da muss ich jetzt hier erstmal eine wand bauen kling kann ja wirklich alles hier wird glaube ich irgendwas übrig bleiben manchmal frage ich mich wirklich noch sollte ich so eine ecke bauen wollen das ist doch nicht zu fassen ich habe es eingelagert wo soll ich denn hier bauen vernünftig vor allem wo hat das jetzt hinten eng gelagert ich kann nirgends verbauen das ist einfach einfach impossible weil hier alles kreuzig quer steht wo hatten das jetzt gepackt herstellung aha ich werde glaube ich jemals in diesem spiel irgendwann fertig werden ich bin nicht die einzige person die jemanden braucht ich ich wo hat denn das jetzt hingelagert irgendwo ah ja alles klar fast hätte ich gemeckert man hat aber auch keine möglichkeit hier zu bauen oder so richtig ich habe mir gerade angezeigt dass ich hier was eingeleitet ich muss erst mal drauf gehen so diesmal nimmt es alles rundherum ja außer hier wieder da kann ich ja vielleicht eine tür einbohren so bevor ich mich hier wieder hässlich mache super schaut jetzt schon mal wieder gut jetzt kann man nicht warzenschwein ich fange gerade an den baumodus zu hast warum geht es hier nicht die scheiße hier und rotieren doch aber ist doch einfach dahin ich kann nicht der baut stehen bis zwei zentimeter zu hoch jetzt nicht wahr oder das ist doch nicht der ernst der sache ich raste aus brauche ich halt ein paar kleinere hütten oder wie ähm ja hier ging ging ja auch nicht hier ne wie soll man denn hier einen vernünftigen bauplatz finden ich bitte euch ich krieg das hin das ist eine frage der zeit schön die luft gebaut dankeschön jetzt geht's oder was in der wallach ja und da wird es auch schon wieder auf ich sag mir nur dass der baum hier stört ja doch mal jetzt gar nicht so schlecht aus was fehlt jetzt wieder stahl natürlich ach wir haben ja einen spielplatz man kann nur das eine ding verwerten andere muss da bleiben wegen der zieler und so reicht ja ewig weiter teppich ich will zwar keinen wanddurchgang haben aber was hab ich denn gebaut ach hier nein nicht dein ernst jetzt wenn jetzt diese scheiß ecke hier nicht passt sie passt nicht ist doch jetzt nicht zu fassen dann bekommt ihr jetzt einfach keine scheiß tür da rein ist mir auch egal kann ich alles haben dann gibt es vielleicht eine türe türen mein level 5 erreicht ne einfach mal weil hier diese eine scheiß ecke zu weit ist ne hier hinten hat es auch gepasst hier hat er ein bisschen erde ins haus geschaufelt aber sonst alles gut ich raste aus wieder mal das metall alle habe ich nicht schlau aus der ganzen geschichte tata die falsche ecke oder das habe ich natürlich keinen platz für eine tür gelassen wand mit durchgang das ist jetzt nicht ernsthaft gemeint oder das funktioniert es gibt nur eine möglichkeit naja und die hier noch wenn ich passt krieg ich das jetzt hier zu alter gibt es so ein kleines ding ich muss mal sagen das ist wirklich super jetzt keine kleinen strukturen für die ecke muss ich jetzt hier noch so eine ecke bauen ok dann so das nicht das auch nicht das auch nicht das auch nicht keine schöneren wände die frage ist wie kriechen dann die ecke dazu gar nicht muss dann die ecke irgendwie zukriegen die ecke dazu dieser baumodus hardcore heißt ich kann jetzt diese ecken nicht verschließen andere idee ich das so äh 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 jetzt verlängere ich die wand hier raus gibt mir eine wand ein so nicht richtig hässlich wie 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 Vielen Dank.